Hallo Leute, heute werden wir noch mal ein neues Video machen und zwar mit Obunga im SCP Facility Raced Mod, also Chi Mod und Roblox Und ja, wenn wir jetzt mal Obunga mal verletzt werden... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dann! Spiderman! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Spiderman! Oh mein Gott! Spiderman! Spiderman und Spiderman! Spiderman, Spiderman! Nein, nein! Nein, ich bin wieder stark! Nein! Nein! Hä? Hallo? Hallo? Komm her! Komm her! Geh weg! Ich bin hungrig. Ich bin hungrig. Ich bin hungrig. Ich bin hungrig. Ich aber nicht. Ich hab Fisch, deswegen bleibst du mich nicht essen. Was habt ihr denn? Was passiert? Hilfe! Ich freue mich jetzt. Tschüss! Hä? Tschüss, du kriegst mich nicht. Ich bin zwei Spiderman, weißt du? Ich hab ein Bunger. Und ich bin Spiderman. Und jetzt bin ich Spiderman. Okay, ich bin jetzt wieder. Ich hab gerade nen Salto gemacht. Ui. 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 Komm mal her. Kannst du mal hier SCP-096 spawnen, bitte? Ja. Das ist perfekt. Warte, ich musste spawnen. Hallo. Hallo. Ich will mich mal an SCP-096 dranhängen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss schnell weg. Ja, schnell, 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 schnell. Warte, ich mach kurz was. Ich muss es nicht zubauen. Nein, ich kann es nicht zubauen. Oh nein. Oh mein Gott. Oh mein Gott, du bist so schnell. Okay. Also Leute, wir werden jetzt mal SCP-096 überleben und Obunga. Ich hab keine Ahnung, wo Obunga ist. Aber auch egal. Er kommt. Er kommt. Wo ist der? Keine Ahnung. Aber ich soll ihn schreien. Ist die SCP-096? Sind sie hier? Was? Was? Hä? Wo ist er? Obunga. Hä? Seit wann ich den Tropfen hab ich getötet. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hallo. Bist du? Bist du? Bist du? Bist du? Oh nein. Ich baue mir alles zu. Oh oh oh. So alles mit Holz. Ich baue alles mit Holz zu. Oh nein. Er ist immer stuck hier. Sieht er gar nicht. Oh nein. Hilfe. 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 Ich muss rein. Hilfe. Ich muss rein. Kommst du aber nicht rein. Dann mach ich das hier. Haha. Scheiße. Haha. Ich hab es explodiert lassen. Ja ne. Das ist dieser Hammer. Ich weiß. So ein Bahnhammer. Ich hab es explodiert lassen. Guck mal. Nein. Das ist ein Löschhammer. Haha. 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 Ich war weg. Und unten. Haha. Haha. Das heißt. Es ist ja entgegelt. Haha. 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 Das war so knapp. Oh ne. Wait, wait. Es ist okay. Haha. Oh nein. Oh my God. Oh mein Gott, das war enclosure. Oh mein Gott, das ist so knapp. Oh mein Gott. Oh nein. Oh mein Gott, der ist so knapp. Oh nein. Nein. Hilfe. Fynnigere. Ah. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Hä? Oh, da sind wir jetzt eben drei. Hä? Achso, da bist du. Hast du auch Wunger gesehen? Nein. Also, ich geh mal da hin. Okay. Nein! 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 Ah! Ah! Aha, Wunger, kommt doch. Wie ist es? Ah! 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 Ja! Ja! Nein! Oh mein Gott! Oh mein, das ist vermutlich auch ein Rampen. Okay, auf den Kopf. Okay. 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 Ja. Oh no, oh no, hier ist es weg. Oh mein Gott, 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 der spielt, der kontrolliert ja mit dem SCP-507. Oh ja, schade für ihn. Jetzt sehe ich mich tot, ja warte, so. So. Da kommt niemand. So. 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 Ich will also SCP spielen. Ach komm! Sollen Body Spasics spielen? Was? Sollen Body Spasics spielen in Racemod? Ja, gerne. Okay. Was für ein Schrei? Den Schrei, den du gemacht hast. Junge. Gym. So. Ja, wir sind jetzt Body Spasics Leute und... Junge. Was sind diese Boombox hier? Das ist kein echter Body. Ich weiß, aber ich will... Okay, okay, warte. Du bist Body sein und ich bin der Spieler, okay? Nee, 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 nee. Das ist viel zu schwer. Dann bin ich Body. Nee, nee. Oh ja, hallo Body. Ja, fuhr mal auf, fuhr mal auf. Okay. Bitte. Bitte. Warum machst du denn Racquel? Wow. Keine Ahnung. Jetzt bin ich auch gleich drauf. Wir lieben uns beide. Oh. Oh mein Gott, ich bin schon tot. Guck mal, wink die zu. Guck mal, wink die doch nur zu. Okay. Er winkt. Junge, seine Beine. Junge, seine armen Beine. Ich bin auch, guck mal, ich bin so wie Body, ne? Weil ich auch keine Haare habe. Aber ich hab nur ein rotes Ding. Kannst du Body Spawn, kannst du Body Spawn? Den NPC? Ja. Warte. Du musst denken uns mal. Hallo Body Spacing. Willkommen zu Body Spacing. Wer ist die Menschen nicht learning? Das ist mir. Komm mal, das Schüsse. Im Gesicht. Komm jetzt, Body. Du bist um zu dem. Body. Hä? Body. Ja, ich bin irgendwo gefangen. Ja, weiß ich. Besporn ich jetzt. Besporn ich! Ja. So, warst du jetzt. Tschüss.